Das Gesetz über die Verdächtigen hat eine Massenhysterie ausgelöst. Ein falsches Wort und man war ein toter Staatsfeind. Bürger! Es gab ein Irrtum! Ich bin kein Royalist! Ihr wurdet alle von euren Mitbürgern als Feinde der Freiheit angezeigt. Ich habe Informationen für Robespierre. Bürger Robespierre! Es gibt Feinde in unserer Mitte. Fédier Paton. Ein Patriot, der zum Superspion wurde. Haben wir nur einen Tyrann durch den anderen ersetzt? Paton schlug ein wenig über die Stränge. Er radierte hunderte Pariser aus. Kein Verbrechen war zu gering. Er war ein so guter Schnüffler, dass er mehr fand, als gut für ihn war. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Den Templerorden. Und ihr könnt diese Bürger identifizieren? Viele, ja. Sie stehen nicht treu zu Frankreich. Ich fürchte, sie kontrollieren sogar Mitglieder der Regierung. Wachen! Ihr seid wahrlich ein sehr geschickter Spion, Paton. Vielleicht zugeschickt. Verhaftet den Verräter! Das könnt ihr nicht tun! Nein! Seht, welches Schicksal all jenen Blüte ihre Mitbürger verraten! Paton kennt wertvolle Templer-Geheimnisse. Und tot nützt er den Assassinen nichts. Findet das Notizbuch und dann rettet ihn. Patons Notizbuch ist ein Hohes-Hoh des Templerordens. Ihr müsst es besorgen, bevor es vernichtet wird. Der Vordereingang wird ziemlich gut bewacht. Vielleicht solltet ihr nach Assassinenart heimlich eindringen. Halt! Auf Bürger! Ein Aufblick! Hab dich! Es gehört dem Aufseher. Sicher hat er den Schlüssel bei sich. Okay, ihr habt den Schlüssel. Jetzt holt euch das Notizbuch. Wenn wir den Schlüssel. Dann hackern wir den Schlüssel. Ich kann es auch noch nicht mehr! Wir sind vor, wie es gibt! Dann können wir es auch nochmals vermStellen. Ers ist nicht in der Schlüssel, die ein Blüte für das Begrüßt. WirUN, der Schlüssel wird browserscauen. Das Notizbuch hätten wir. Und jetzt wird's lustig. Jetzt retten wir Paton. Die Assassinen planen eine Ablenkung, aber es gibt sehr viele Templer hier. Schaltet sie erstmal aus. Die Assassinen planen eine Ablenkung. 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 Paton ist der Nächste. Ihr müsst euch beeilen. Hier kommt die Ablenkung. Haltet euch bereit, Paton da rauszuholen. Sieht aus, als würde Paton entkommen. Nutzt euer Adlerauge, um ihn vor den Templern zu finden. Hier erwarten dich keine Knappe. Wir sind da! 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 Du bist kein Leute! Wir sind da! Wir sind da! Ich kann ihn irgendwo verstecken! Ja! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.